Herzlich willkommen an euch zu Hause, herzlich willkommen auch an euch alle hier live aus Lohr am Main. Wir stehen in dieser Woche mit unserem fahrbaren Sendestudio, mit unserem blauen Omdrei-Senderbus auf dem Schlossplatz hier in Lohr. Und auch heute haben wir wieder eine Stunde schöne Themen vor euch vorbereitet. Das gibt's heute. Heute ist es soweit. Kugel geht mit Street View zum Beispiel in Bayern an den Start. Heute ist der große Auftritt von Markus und seinen Leuten. Sie tanzen live im Fernsehen. Und heute sind es noch drei Tage ab. Weiter könnt ihr euch karten für das Omdrei-Festival 2010. Und so unser erster Eindruck von Lohr am Main ist, dass es hier relativ ruhig ist. Damit ist jetzt Schluss, denn hier ist unsere heutige Band. Untertagen! Applaus Applaus